Ja, also am Anfang ist es dann kurz verdreht, es tut mir leid, aber es ist soweit und das ist nicht hoch genug. Verdammt, das wird wieder anstrengend. Zum ersten Teil der Videoreihe. Ich bin selbst sehr gespannt, wie es am Ende aussieht und ob ich hoffentlich meinen Arsch soweit zusammenreißen und es wirklich durchziehe. Ich hatte ja schon mal eine kleine Reihe mit dem ähnlichen Ziel angefangen. How I draw Haut und Haare und ja, nee, oder nur Haut? Ich glaube, ich wollte das nächste Mal Haare machen. Egal. Das ist ja auch so ein bisschen abgekackt. Ich hoffe, ich krieg das jetzt besser hin. Ich versuche jedenfalls mein Bestes und dann fangen wir jetzt mal an mit dem First Part von Einzeichnung schlechthin, den Skizzen. Das ist ja auch so ein bisschen. Das ist ja auch so ein bisschen. Okay, nein. Das ist jetzt mal. Ich merke immer am meisten, meine persönliche Schwachstelle ist Kopf und ein bisschen Gesicht, wo es da mal drauf ankommt, wie er dasteht. Und jedenfalls, die man vielleicht sehen kann. sind hier rumpel rumpel hier Monsterschultern geführt und hier nach einem Millimeter eigentlich schon Dings. und an sich könnte ich ja eigentlich den Körper breiter machen, dann würde das auch wieder so halbwegs gehen. Aber dann wäre ja wieder hier das Problem Hüftdetail, ja? Ach Gott, Sitzposen sind so scheiße. Die können nicht einfach so schnell hinten rein rammen. Das geht gar nicht. Ähm, ich habe größtenteils solche Vergleiche. Ich habe halt ein relativ, ähm, warte, wie habe ich das genannt? Derb, genau. Ich habe einen relativ derben Ausbruch, Aussprache und dadurch auch manchmal Witze. Ja. So, als kleine Vorwarnung vorweg, aber... Das kann ich jetzt schon mal knicken. Aber ich kann ja... Also, ich werde das nochmal wegradieren und neuen Versuch. Ach, weil das hier... Es geht einfach gar nicht. Ich muss sagen, hier so Hüftdetail geht sogar mal. Was, finde ich, immer der schlimmste Bereich ist, wenn du Sitzung machst. Aber das ist so... No, just no. Ähm, ich habe zuerst länger überlegt, welchen Charakter ich nehme, da ich einen doch lieber edleren nehmen will, um eine doch einfache Pose nehmen zu können, um halt wirklich erstmal so auf meine grundlegende, sagen wir, Technik ranzugehen. Ähm, Effekte und so kommen ja dann bei den späteren Teil, wo ich hoffentlich mich dazu aufraffen kann. Jedenfalls, ähm, die anderen, die dazu in Chem in Frage gekommen wären, wären alle weißerisch gewesen. Ich hasse es, weiße Haare zu können. Das ist für mich jedes Mal so anstrengend, weil entweder finde ich viel zu das gewisse Etwas noch in der Kolle oder es driftet zu sehr ins Kräulische ab in meinen Augen und das triggert mich so hart. Das ist immer so... Ich dachte mir auch mal, ich mache wieder ein bisschen Abwechslung, weil ich vorwiegend halt Stehposen mache, dass du eine Sitzen machst. Und ich finde, gerade jedle Posen gehen recht mit am einfachsten so sitzend. Aber wie man sieht, habe ich mir so selbst ins Bein geschossen. He he he. Feier ist für alle. Achja, ähm, das hier ist die Halterung, weil ich einfach immer noch keine bessere Lösung habe. He he. Sehr professionell. Ich weiß. Wie macht ihr denn das eigentlich? Also ich weiß von Elefie, nur das Problem war, ich müsste halt das Licht anmachen und das ist halt oben und das wirft dann wieder einen ekligen Schatten. und ich schätze eigentlich auch ganz gerne so oben, damit man es halt ganz gut sieht, aber Lichtquelle. Nee, egal. Ähm, ich finde die hat hier gerade ganz gut, aber sie sieht so riesig aus, das hat er leider nicht. Sie hat keine riesigen Pranken, aber sie ist allgemein mir auch gerade unsicher wegen dem Übergang. He 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 he. Auf Kommentare. Ja, oder Männer. In diesem Fall wollte ich ihre Unsicherheit, teilweise Schüchternheit irgendwo noch mit auffangen. Im Prinzip läuft sie eigentlich gerade nur auf sich zu, um sich zu begrüßen. Allerdings, sie weiß nicht so wirklich, was mit ihren Händen machen soll. Also guckt die Person mich gerade an? Kann ich da in diesem Sinne grüßen oder macht sie es nicht und dann wird es wieder komisch? Weil das sieht doch dann bestimmt jeder. Ähm. Tja. Ich persönlich weiß immer auch nie, wohin mit meinen Händen, deswegen immer in Jackentasche oder Husttasche. Aber sie kann das ja bei sich nicht. Sie hat ja keine Taschen. Sie hat ja eine eng anliegende Neidung und sie könnte das rein theoretisch in dieses Band-Stoff-Element um ihre Hüfte reinpacken, aber das würde wieder unhöflich kommen. Und das will sie ja nicht. Sie will ja respektvoll gegenüber kommen, sich an die Histen halten und so weiter. Sie ist anfangs noch sehr, sehr in sich gekehrt und kommt dann so langsam aus sich raus. Aber in dem Moment ist es halt noch so, sie will lieb sein, sie will respektvoll sein, sie will niemanden verärgern und dann grüßen, entgegenkommen, auch wenn es unangenehm ist, aber man macht es, um in Anführungsstrichen Freude zu bereiten. Aber wenn man introvertiert ist, dann ist das kacke. Und das kennt bestimmt der ein oder andere von euch. Aber nun zum Wesentlichen und Wichtigsten des Videos. Es wird allgemein gesagt, dass Skizzen eigentlich sehr, sehr abstrakt gehalten werden sollen. Sie sollen nicht so detailliert und genau gezeichnet werden wie bei mir, nur es tut mir leid, ich kann es nicht anders und ich will es auch irgendwo nicht anders. Klar, ich finde es selbst mega faszinierend, wenn man sieht, da hat jemand eine Strichmenne erstmal hingehauen, um festzuhalten, was vom Kopf her ausschwebt und daneben hast du dann die fertige Elo. Mega faszinierend, aber ich brauche doch meine detaillierten und eigentlich nicht Skizzen Skizzen. Dieser Satz ist awesome. Schon weil so dumm es sich manchmal anhört, aber ich brauche manchmal fünf Anläufe für ein Band, das im Wind weht, weil es einfach manchmal so komisch in der Bewegung liegt, dass es nicht zum Gesamtbild passt. Versteht mich da jemand? Ich weiß, für alle, die nicht zeichnen, ist das sowieso gerade totaler Nonsens, falls sich das für anhört. Aber manchmal kann ein kleines Detail so krass aus dem Bild rausstechen, weil es nicht das nur im Flow führt, dass es mich persönlich einfach triggert. Gott. Ebenfalls, ich bin dann eben von der Sitzpose, weil sie mich so angearscht hat, in die Stehpose übergegangen, beziehungsweise soll es so aussehen, als würde sie auf den laufenden Betrachter, nein andersrum, als würde sie auf den Betrachter zulaufen. Und sie ist ein anfangs sehr schüchterner Charakter, deswegen hat sie auch noch ihr erstes Outfit. Und ist deswegen gerade unsicher, was soll sie mit ihren Händen machen. Ich persönlich finde das auch, ich weiß immer nie, wie ich meine Hände halten sollte, damit ich das anhöre. Und deswegen, unter anderem deswegen, sind sie meistens in den Hosen oder Jackentaschen versteckt. Nur bei ihr kann ich das nicht machen. Wobei, man kann es eigentlich unter dieses Stoffmuster über der Hüfte reinstecken. Würde ich zumindest an ihrer Stelle machen. Aber Alaina will lieb sein und höflich und das ja schon irgendwo so ein bisschen unhöflich, deswegen nein. Ähm, ja. Ähm, falls es sichtlich ist, ich tue meistens bei den Kleidungen schon grob Schatten mit, und vor allen Dingen Falten mit einzeichnen. Einfach, um zum einen selbst so ein kleines Gefühl zu kriegen. Und vor allen Dingen, weil ich bei den Lines immer nur umrissartig mache. Ich habe auch am Anfang wirklich jede kleinste Strähne mit vorgezeichnet, zum Teil so Strukturen vorgeleint. Und mittlerweile ist das so, nein, ich will das mit der Koller ausarbeiten. Und deswegen ist das meistens nur umrissartig. Und dann ist es mir in dem Sinne so eine kleine Denkhilfe, wenn ich beim Skizzieren schon die Falten mit grob einschattiere. Klar, das kommt wieder weg, weil ich muss das ja wegradieren, sonst wird das so eine matschige Koller. Aber es ist so eine gewisse Sicherheit für mich, sag ich mal. Geht die da auch so ran oder... Ich kenne auch einen Teil, die tun hier auch mit Leinen. Aber da ich meist nie eins zu eins das Nachkoller... Ich habe es ausprobiert. Nee, ich bin mit der Motore schon ganz zufrieden. Und ja. Zum Leinen kann ich nicht so wirklich viel sagen. Es ist halt Nachleinen. Ich verstehe dich wirklich den Hass darüber. Ich habe zwar auch zum Beispiel Feder und Tusche, aber ich habe sie eine Zeit lang auch aktiv benutzt. Nur dann hat es angefangen immer mehr und mehr zu klecksen. und auch wenn ich darüber geübt bin, dann schnell den Fehler auszumerzen, sodass ich sein Unwissen da nicht so schnell sehen sollte oder gar nicht. Das ist mir zu anstrengend. Also nehme ich lieber die Copic Fineliner, die bei mir wunderbar funktionieren. Entschuldigung, Multiliner. Aber was Liner belangt, ihr müsst ausprobieren. Ich würde zum Beispiel die Tusche klappt bei mir wunderbar. Meine Freundin hat exakt dieselbe, weil ich sie halt ihr empfohlen habe. Aber bei ihr spackt es irgendwie rum. Warum? Ich weiß nicht warum. Selbst wenn wir... Wir haben es mal ausprobiert auf demselben Papier. Es spinnt einfach. Ich weiß nicht warum. Vor allen Dingen selbst wenn sie ist eigentlich mehr Aquarell und ich halt Copic. Nehmt sie aber auch Copics, passiert dasselbe Spiel. Und dabei hat sie um einiges weniger Schichten als ich. Also ich kann es mir nicht erklären. Wirklich testet rum. Findet euren Stuff. Nur weil es bei den einen funktioniert. Und selbst wenn ihr eine ähnliche Kolle habt, es muss nicht bei euch funktionieren. Ihr müsst wirklich rumprobieren. Das ist so das kleine Fluch mal der Künstler. Man muss einfach rumprobieren, bis man seins findet. Aber irgendwo macht es auch Spaß. Auch wenn man sich hasst. Wenn man sich wieder so denkt, das Geld hätte ich mir sparen können. und klub. Passiert. 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 Wasserurope. dio Ich hoffe man erkennt es in diesem... das aufnahmeformat gerade. haltung was auch immer aber ich gehe an manchen stellen noch mal mit den feinliner nach und verdicken das schimpft sich genauer gesagt dynamische lines ist du kannst verschieden rangehen du kannst das comic artig machen zumindest muss ich immer comic denken wenn wirklich alle äußeren linien hier die außen sind noch mal wirklich nur die verdienst du kannst zum beispiel auch nur die kleidung außenrum verdicken oder wie ich es immer mache und ich bin seit einfach optisch am schönsten und geht mir am besten von der hand wenn ich die einbuchtungen noch mal verstärkt jetzt bei den teilweise farbigen lines wie ich gewechselt bin warum erklär ich dann dann beim nächsten part mit den kollern geht das leider ein bisschen unter aber wo ich früher nur schwarze hatte bevor ich das hier mal ausprobiert haben konzentrieren fand ich hatte es am ende noch mal so so minimal zumindest man genauer hingeguckt hat die ausbuchtung optisch noch mal so ein bisschen hervorgeholt mehr oder minder also so dass sie ein besser ans auge gefallen ist und da fällt mir auf dann bin ich doch ganz lang gegangen schweinerei so jetzt so und gerade bei liners macht das echt viel aus ein bisschen schade finde ich dadurch dass ich bei meiner koller recht verdammt mit mit den schumpf ein dadurch dass ich recht kontratten kontrast lastig koller gehen dadurch meist meine lines in der masse unter und deswegen muss ich zugeben gehe ich nur noch selten noch mal nach und verstärke an den gewissen stellen aber ich dachte mir für dieses video macht dir einfach noch mal die mühe und da das ganze langweilig ist war es das erst mal beim nächsten part vor ich anfange zu kontern noch mal kurz näher auf das bild eingehen vielleicht seht ihr dann wo ich an den einen oder anderen stellen zusätzlich noch mal verdient habe und ja ich würde sagen das reicht erst mal für part 1 ich hoffe es gefällt dem einen oder anderen und man kann so meine herangehensweise verstehen und das hilft vielleicht man muss es ja jetzt nicht gleich machen aber es kann ja sein dass man dadurch auf eine idee kommt die einem das zeichnen irgendwo erleichtert also dass man leichter einen anfang findet sage ich mal so auf jeden fall ist meine kleine alleine zumindest was line art und ähm skizze belangt somit logischerweise fertig ich werde das ganze jetzt mal karten rendern und so ein scheiß ne und wir sehen uns dann beim nächsten video falls euch mein gedönes gefällt könnt ihr ja mal in die infobox gucken wo ich noch vertreten bin zu 90 prozent facebook und instagram ab und zu mal die viand art wegen meiner lieben elf weil die manchmal kleine romane von kommentaren hinterlässt so viel dank dafür es lässt mich über welche wäre sie nicht weil ich ehrlich gesagt schon längst gegangen und was so die zweite option ist die ich mir für die seite überlegt habe dass ich versuche mal alle sheets hochzuladen von meinen charakteren dass man besser ranzoomen kann weil in facebook ist das echt dann pixel power und da ich gerne detailliert arbeite ist das immer so ein bisschen bescheiden ich versuche auch gerade meine deviant art galerie zu updaten das wenn man bei bestimmten artbox mal ranzoomen will wo ich übrigens man findet bei jedem bild wo ich rüber geschmiert habe also ich würde ich da nichts vormachen ach ja falls ihr euch fragt wie die halterung ging von den letzten aufnahmen ich weiß nicht mehr wie das heißt aber ich habe das irgendwann im mediamarkt gefunden das ist einfach so eine halterung dass wenn ihr das handy schaust ich glaube jetzt auf bett abends oder keine ahnung wenn du halt keinen bock hat mehr hast die zeit dass die einfach dann da rein klemmst das habe ich ausprobiert und ich muss die aber einen bestimmten winkel rein machen weil so wird es ja dann mehr so oben sehen was in diesem fall mein fernseher wäre also ich muss sie dann so so vorsichtig so schief hier reinlegen damit es auch wirklich aufs blatt papier zeigt aber ja das war's ich habe schon wieder so viel zum teil und jetzt aber ich hoffe euch gefällt das video so ich wie gesagt es wäre ganz geil wenn es dem einen und anderen hilft wenn ihr lust habt könnt ihr es ja mal anderen zeigen und ihr kennt den anderen scheiß abo wer der laune hat kommentar ist richtig cool aber auch schon like zeigt mir okay war entweder ist was daneben gegangen denn wer eigentlich kommentar besser mit ich weiß was genau man meint oder wurde doch gar nicht so schlecht mit dem daumen nach oben ich bin auf jeden fall gespannt man sieht sich hoffentlich das nächste mal und ich bin da mal schneidern nicht verdiene ich